Unser Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD hat uns in den Krieg geführt. Die Aussenministerin Annalena Baerbock hat uns auch in den Krieg geführt. Wollen wir das? Wollen wir das? Was bedeutet das de facto? Weil der Krieg ist nicht erst dann, wenn sozusagen Berlin bombardiert wird oder wenn die Bundeswehr mit Panzern in der Ukraine fährt. Der Krieg ist auch schon dann, wenn man Leopardpanzer an die Ukraine liefert und wenn man ukrainische Soldaten in Deutschland ausbildet, zum Beispiel in Bayern, und das findet jetzt statt.